Kennst du die zwei größten Lügen? Das sind Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld. Oder ich habe nicht genug Zeit, nicht genug Geld. Ich sage dir, das sind Lügen. Gut, lass uns das etwas abschwächen und sagen, es sind Ausreden. Aber dann landen wir im Grunde genommen wieder bei den Lügen, denn Ausreden sind Lügen, die wir uns selbst erzählen. Meine Aufforderung ist immer wieder an Menschen, die ich coache, lass niemals zu, dass die Dinge, die dir gerade passieren, dass du die als Ausreden missbrauchst. Und wenn du sagst, du hast keine Zeit oder du hast kein Geld, dann ist doch meist die eigentliche Wahrheit dahinter, es ist dir zu anstrengend. Zu anstrengend, die Zeit dafür aufzubringen, zu anstrengend, das Geld zu besorgen dafür. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann hast du auch die Zeit dafür. Und dann hast du auch das Geld dafür, wenn es dir wirklich wichtig ist. Gewinner wissen, etwas ist anstrengend, aber es macht ihnen gleichzeitig auch Spaß. Und warum macht es ihnen Spaß? Weil sie dadurch lernen, weil sie dadurch stärker werden, weil sie erfüllter werden, reicher werden, glücklicher werden. Sage nie, ich habe keine Zeit. Streich das, sag das nie. Sage stattdessen, ich will dafür meine Zeit nicht aufbringen oder ich will sie aufbringen. Sage auch niemals, ich habe nicht genug Geld, sondern frage dich besser, wie kann ich genug Geld bekommen, damit ich mir das leisten kann? Wie kann ich mir das leisten? Erlaube dir selber nicht, Ausreden zu gebrauchen. Vor allem erlaube dir nicht, diesen Ausreden auch noch zu glauben. Es ist ganz einfach. Entweder du findest Ausreden oder du findest einen Weg, um das Leben zu haben, das du haben willst. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Ausreden oder das Leben, das du haben willst.